Olaf Scholz hat sich zu den Bauernprotesten geäußert. Und Überraschung, Überraschung, kompromissbereit zeigt er sich nicht. Er wird gleich wahrscheinlich sehr viele Phrasen von sich geben. Naja, schauen wir uns mal an, was der Kanzler zu sagen hat. Das neue Jahr geht lautlos. Traktoren blockieren Innenstädte, Durchgangsstraßen und Autobahnauffahrten. Es gibt Hubkonzerte, Sternfahrten und große Kundgebung. Bei vielen hat das den Alltag durcheinandergebracht. Auch hier in Berlin und bei mir zu Hause in Potsdam waren viele Bauern und Bäuerinnen auf den Straßen. Eines möchte ich gleich voranstellen. Die Landwirtschaft ist wichtig für uns alle. Und Landwirte und ihre Familien müssen von ihrer harten Arbeit auch gut leben können. Wir, die Regierung, die Abgeordneten im Bundestag, selbstverständlich auch ich, stehen mit den Landwirten und ihren Vertreterinnen und Vertretern im engen Austausch. Das muss auch so sein. Doch geht es bei all den aktuellen Protesten wirklich allein um den Agrardiesel oder den Abbau von Subventionen? Ich denke, Krisen und Konflikte sorgen insgesamt für Verunsicherung. Viele treibt die Sorge um. Was kommt als nächstes? Was bringt die Zukunft für mich? All das sorgt dafür, dass einige das auch laut zum Ausdruck bringen. Wichtig ist mir deshalb einmal ganz deutlich zu machen. Streit gehört zur Demokratie. Und zwar wenigstens etwas. Bei Habeck klang das noch ganz anders. Da waren das Verfassungsfeinde, die von Putin bezahlt wurden. Aber ja, ich hatte es ja schon vor Beginn dieses Videos hier gesagt. Scholz wird sich etwas persönlicher ausdrücken als Habeck. Er wird zumindest nicht so tief in den Fettnapf reintreten. Und zwar genauso, wie es Helmut Schmidt gesagt hat. Eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine. Punkt. Nun weiß ich, auch aus der persönlichen Erfahrung der letzten Monate, Streit kann Mürbe machen und Unsicherheit schüren. Auch innerhalb der Regierung lief es nicht immer so, wie ich es für richtig halte. Da müssen wir in diesem Jahr besser werden. Was neben Streit genauso zur Demokratie gehört, Da müssen wir besser werden. Setzt die Schuldenbremse aus, nehmt die Steuerhöhung für die Landwirte zurück. Oder wenn ihr Schuldenbremse nicht aussetzen wollt, dann kürzt endlich die Ukraine Hilfe. Also es ist ja komplett irre, dass wir da einen Städtenräderkrieg am Laufen halten und das damit finanzieren, dass wir die Steuern für die Landwirte erhöhen. Und die Steuern für die Verbraucher. Also Strom, Fernwärme, Gastro, Lkw-Maut, überall sollen die Steuern steigen. Das ist der Kompromiss. Die Demokratie lebt vom Kompromiss. Wer keine Kompromisse machen kann, ist für die Demokratie nicht zu gebrauchen. Die Einhaltung der Schuldenbremse ist kein Kompromiss. Also was ist das für ein... Die Regierung wollte das so. Also mit wem mussten sie da einen Kompromiss machen? Auch das hat Helmut Schmidt gesagt. Er lag damit richtig. Doch fast 50 Jahre später stehen wir vor einer Bewährungsprobe. Wut wird gezielt geschürt. Mit gigantischen... Ja, von einer Regierung, die mitten in einer Rezession die Steuern erhöht. Und dann auch noch Steuern, die den ländlichen Raum besonders stark treffen. Also die Landwirtschaft ist der relevanteste Wirtschaftsfaktor, den man auf dem Land hat. Und wenn man die Bauern, also während des Höfesterben jetzt noch weiter beschleunigt, dann schlürt die Regierung natürlich Wut. Reichweiten mache Extremisten. Auch über die sozialen Medien. Und das in Regionen, in denen die Regierung nicht sonderlich beliebt ist und die in der Vergangenheit ziemlich ausgeblutet sind. ...kompromissverächtlich, vergiften jede demokratische Debatte. Das ist ein toxisches Gemisch, das uns Sorgen bereiten muss. Das auch mich sehr beschäftigt. Was also können wir tun in dieser Lage? Die Steuererhöhung zurücknehmen, zurücktreten, eine vernünftige Politik machen. Der Möglichkeiten wären da viele. Neuwahlen ansetzen? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, wenn die Bauer die Ampel muss wegrufen, dann ist das eine ziemlich konkrete Forderung. Wie lauten unsere Antworten auf die Bauernproteste und auf die... Rücknahme der Steuererhöhung? Es wäre so einfach. Auswandern. Glaubt mir. Schreibt gerade einer im Chat. Allgemeine Situation. Wir haben uns die Argumente der Landwirts zu Herzen genommen und haben unseren ersten Vorschlag noch einmal überarbeitet. Ein guter Kompromiss. Unfassbar. Es ist genau das gleiche Gesülze wie bei Habeck. Es ist unfassbar. Also haben die alle die gleiche PR-Agentur? Ja, es gibt so böse Rechte, die misschüren, die den Diskurs vergiften. Wir wollen ja nur Kompromisse machen. Also der Kompromiss besteht darin, dass man die Steuern für die Bauern jetzt nicht mehr um eine Milliarde, sondern nur noch um 300 Millionen im Jahr erhöht. Herzlichen Glückwunsch. Es ist immer noch eine Steuererhöhung. Also was will die Regierung jetzt? Applaus? Miss. Außerdem geht es darum, was wir noch tun können, damit die Landwirtschaft eine gute Zukunft hat. Auch darüber sprechen wir miteinander. Auch dazu suchen wir gemeinsam Lösungen. Es geht ja auch um faire Preise, um die Macht des Lebensmittelhandels, um Bodenspekulationen und um die Folgen des Klimawandels. Denn das ist mir wichtig. Wenn jede Subvention auf ewig bestehen bleibt, wenn wir alle zu 100 Prozent auf unserem Standpunkt beharren, wenn wir alles so machen wie immer, dann kommen wir auch nicht voran. Und es ist wichtig, dass wir das große Ganze nicht aus den Augen verlieren, gerade in so aufreibenden und aufwühlenden... Ja, das große Ganze, unsere energieintensive Industrie stürzt ab, der Bausektor stürzt ab, die Ampel beschleunigt gerade das Höfesterben, unsere Wirtschaft ist in der Rezession, also das große Ganze ist gerade die Deindustrialisierung Deutschlands. Wenn es in der Ampel gerade mutwillig beschleunigt wird, die auch von der EZB durch ihre Zinserhöhung mutwillig beschleunigt wird, das ist das große Ganze. Redet da mal wieder drüber einer? Nein, natürlich nicht. Leute, die von Deindustrialisierung sprechen, die werden als Verschwörungstheoretiker und was weiß ich verunglämpft. Also es ist unfassbar. Redet dieser Typ hier vom großen Ganzen, der... In Zeiten wie heute gilt es, Maß und Mitte zu halten. Das sollte allen Demokratinnen und Demokraten ein Anliegen sein. Ja, Maß und Mitte zu halten heißt, die Ampel loszuwerden. Aufrufe zu Gewalt und persönliche Bedrohungen haben in unserer Demokratie nichts verloren. Galgen sind keine Argumente, politische Gegner sind keine Vollfost. Das ist unfassbar. Ein Typ auf diesen Bauernprotesten hat er vielleicht mal irgendwann ein paar Symbole oder... Jetzt spricht, habe ich hier nach Scholz von den Galgen? Also es ist ja... Wie gesagt, die haben die gleiche PR-Agentur wahrscheinlich. Und das wird dann aufgeblasen zu... Ja, dagegen müssen wir uns jetzt stellen, weil da einige Idioten bei den Bauernprotesten mitgelaufen sein mögen. Wie gesagt, die Kollegen wurden uns jetzt hier auch nicht genannt, sondern die beiden Politiker haben das einfach behauptet. Das gilt im virtuellen Raum, genauso wie auf den Straßen, in den Städten und auf dem Land. Deshalb bin ich dem Präsidenten des Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, dankbar, dass er sich klar distanziert hat von Extremisten und manchen Trittbettfahrern, die zum Aufstand blasen und vom Umsturz des Systems schwadronieren. Das ist nicht nur Unsinn, das ist gefährlich. Wenn an sich legitime Proteste umkippen, und zwar pauschal in Wut oder Missachtung für demokratische Prozesse und Institutionen, dann... Missachtung für demokratische Prozesse und Institutionen ist das Tagesgeschäft der Ampel. Die Ampel finanziert mit Milliarden Euro Stiftungen, deren Aufgabe es ist, Oppositionelle zu diffamieren. Die Ampel missbraucht den Verfassungsschutz, um Oppositionelle auszulauschen, um sie zu diffamieren. Also wir haben einen Verfassungsschutzpräsidenten, der gesagt hat, dass nicht nur der Verfassungsschutz allein dafür verantwortlich sei, die Umfragewerte der AfD zu reduzieren. Also das sind die Zustände in unserem Land. Also wenn jemand es an Respekt für die demokratischen Institutionen mangeln lässt, dann sind das FDP, Grüne und SPD. Dann verlieren wir alle. Profitieren werden dann nur diejenigen, die unsere Demokratie verachten. Exakt, diese Regierung. Im Mai feiert das Grundgesetz seinen 75. Geburtstag. Eine Lehre aus diesen 75 Jahren ist, unser Grundgesetz lebt davon, dass wir es mit Leben füllen. Da kann es, wie gesagt, auch mal laut werden. Das gehört dazu, solange wir als Demokraten und Demokraten miteinander um den besten Weg ringen. Der beste Weg, Neuwahlen weg mit der Ampel, alle Steuererhöhungen sollten zurückgenommen werden. Also der beste Weg ist, diese Steuererhöhungen müssen weg. Mittelfristig muss auch diese Regierung weg. Es kann so schlicht und ergreifend nicht weitergehen. Also man sieht ja Steuererhöhungen in einer Rezession, in der die Wirtschaft eh schrumpft, die Nachfrage noch weiter abzuwirken. Das ist das beteuertste, was man irgendwie machen kann. Und das ist fast egal, für wen man die Steuern erhöht. Man hätte auch die Einkommenssteuer, die Mehrwertsteuer oder irgendeine Steuer erhöhen können. Das wäre maximal bescheuert gewesen. Aber ja, was soll man von dieser Regierung noch erwarten, die die Deindustrialisierung unseres Landes gerade bewusst vorantreibt und so gegen die Opposition vorgeht, wie sie es macht? Und jeden Protest auf so widerliche Art und Weise diffamiert und versucht, in die Rechte oder sogar in die Putin-Ecke zu schieben? Okay, Putin hat Scholz jetzt nicht erwähnt. Das Fettnäpfchen, da hat sich nur Habeck reingetraut. Aber ich vermute mal, darauf hat er auch verzichtet, weil er den Shitstorm erlebt hat, den Habeck danach völlig zu Recht abbekommen hat.